So fahren, fahren, fahren. Trotzdem könnte er ruhig mal anhalten. Wunderbar, so reisen, reisen, reisen. Einen Hunger hab ich und Durst auch. Ist was? Da, eine Konsumgaststätte. Kräftiger Imbiss, bekömmliche Kost, erfrischende Getränke und belebender Kaffee. Schnelle Bedienung für eilige Gäste. Und alles so, dass man sich wohl fühlt. Eine gute Sache, so eine Konsumgaststätte. Das hab ich doch gleich gesagt. Konsum ist immer gut. Ja. Halten Sie doch auch mal an.